Hey Leute und Hallo Hiroshima und zwar bin ich wie angekündigt jetzt vier Tage lang in Hiroshima und es ist einiges geplant für diese Tage. Es wird sehr sehr viele unterschiedliche Eindrücke gegeben habe ich das Gefühl und ja wir sind jetzt hier erstmal am Bahnhof. Hier ist es relativ unspektakulär und klein, gerade so im Vergleich zu dem Bahnhof in Sendai ist das Gebäude hier echt winzig, aber ja wir machen uns jetzt gleich erstmal auf den Weg und ich freue mich auf die Videos und ich hoffe ihr auch. Entgegen der Matcha Starbucks Tradition gibt es heute eine Eis Chaiti Latte, einfach weil es viel zu heiß ist für eine heiße Matcha Latte. Wir beginnen die ganze Reise hier in Hiroshima mit einem etwas schwierigeren Thema und zwar befinde ich mich jetzt, wie hinter mir vielleicht seht, am Genbaku-Dom oder auch auf Deutsch mehr oder weniger Atombombenkuppel genannt. Und zwar war das Ganze eine Art Marktplatz, ein Ausstellungsort für Waren aus der Präpektur Hiroshima für ungefähr 30 Jahre, bevor das Ganze dann von einer Atombombe getroffen wurde. Und all die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Gebäude gearbeitet haben, sind ums Leben gekommen und ich habe eben noch in so einem Heft gelesen, also hier liegen Hefte in verschiedenen Sprachen aus, wo noch ein bisschen über den Krieg und über den ganzen Anschlag, was drinsteht. Und dort stand auch drin, dass zum Beispiel auch zehn Jahre nach dem Anschlag immer noch Menschen gestorben sind, teilweise sogar Kinder, weil die Organe von der Strahlung befallen worden sind. Und es ist schon ziemlich heftig. Es ist ein schwieriges Thema irgendwie. Ich finde es gut, dass das Ganze zum Weltkulturerbe gemacht wurde und damit Japan auch mal eine Seite zeigt, die eben nicht nur, hey, alles ist bunt, alles ist toll, alles ist schön, alles ist crazy, sondern auch mal eine Seite zeigt, so, ja, hier passieren auch schreckliche Dinge. Wir gehen jetzt gleich noch in das Museum zu dem Friedensdenkmal und ich hoffe mal, das wird auch noch sehr interessant und sehr spannend. Das, was ihr jetzt hier hinter mir so seht, sind alles Kraniche, die als Andenken an das eine Mädchen gefertigt wurden, das sozusagen an diesen Schäden der Strahlung gestorben ist, weil sie sich gewünscht hat, dass sie leben möchte und als Zeichen ihrer Hoffnung einen solchen Kranich gefalten hat und deswegen wird es hier als Andenken an sie ausgestellt. Das, was ihr jetzt hier? Es ist halt einfach krass und fast auch unglaublich und für mich fast unvorstellbar, wie es damals nach diesem Einschlag ausgesehen hat und wie viele Menschen dort auch umgekommen sind. Das ist, weiß nicht, es ist schon echt ein komisches Gefühl, wenn man darüber nachdenkt. So sah das Gebäude vorher aus und so sieht es hier jetzt aus. Wir waren jetzt hier in dem Museum drin und als erstes muss ich sagen, das Museum ist mega günstig. Es kostet gerade mal 200 Yen, was ungefähr so 1,80 Euro sind oder so aktuell und es ist aber so modern, es gibt so viele Informationen und so viel zu sehen. Es sind halt auch richtig viele Ausstellungsstücke, wo gezeigt wird, wie Sachen aussehen bevor und nachdem sie halt einer Atombombe ausgesetzt wurden, mehr oder weniger. Und allgemein sehr viele Sachen, die wirklich von diesem Anschlag übrig geblieben sind und ja, es ist mega interessant und für den Preis echt unschlagbar. Also das würde ich definitiv empfehlen, wenn man hier einmal ist. Trotzdem ist das Ganze irgendwie ein doch schon ziemlich bedrückendes Thema und für mich ist es unglaublich schwer vorstellbar, dass diese Stadt, wo ich jetzt hier bin und die so, weiß nicht, gut und grün aussieht vor 80, nein 70 Jahren ungefähr, ja vor 70 Jahren so komplett kaputt und einfach nur zerstört war. Also es ist schon, es ist echt krass, also das ganze Thema ist gerade für mich ein bisschen schwer zu verarbeiten, glaube ich. Ich habe hier gerade eine Umfrage in die Hand gedrückt bekommen und die fragen echt, ob die Toiletten einfach zu benutzen waren, irgendwie lustig. Es gibt wirklich Mülleimer hier in Hiroshima, Mülleimer, öffentliche Mülleimer. Ich habe einfach mal Percy gefunden. Und Thomas ist da hinten auch. Wir sind jetzt ein bisschen rumgelaufen, sind dann noch vorhin in unserem Airbnb angecheckt und jetzt befinde ich mich an einer Straßenbahn-Haltestelle. Und das ist so lange her, dass ich Straßenbahn gefahren bin. Jetzt kommt gerade eine, jetzt wird es laut. Und zwar ist es in Japan nämlich überhaupt nicht üblich, dass es Straßenbahnen gibt. Hiroshima ist die erste Stadt, in der ich bin, wo Straßenbahnen gibt. Und ich bin irgendwie, weiß nicht, ich freue mich darüber mega. Wir befinden uns jetzt hier am Entertainment District, beziehungsweise auch Unterhaltungsbezirk von Hiroshima. Und zwar sind wir auf der Suche nach einem Okonomiyaki-Restaurant. Denn Okonomiyaki in Hiroshima sollen ganz speziell sein, anders als die in Osaka. Mal sehen, was wir da finden. Wir befinden uns jetzt hier im sogenannten Okonomiyaki-Muran. Und zwar ist das ein Gebäude mit vier Stockwerken, in denen überall Okonomiyaki-Läden sind und das nicht wenige. Und das ist echt cool, weil man hier eigentlich fast gefühlt gar nicht warten muss, weil einfach alle Läden draußen relativ überfüllt sind. Und wir sitzen jetzt hier direkt an der heißen Platte sozusagen und da wird gleich unser Essen gemacht. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Osaka und Hiroshima Okonomiyaki ist dieser Teig. In Osaka wird der mit reingemischt und hier wird der halt wie so ein Pancake darunter gelegt. Und da haben wir das Hiroshima Okonomiyaki. So, und damit bin ich jetzt wieder zu Hause mehr oder weniger. Und ich wollte nochmal kurz zum Okonomiyaki sagen, dass ich das hier in Hiroshima viel besser fand als das in Osaka. Einfach dadurch, dass der Teig extra war, lag das Ganze nicht so schwer im Magen, hat aber trotzdem richtig lecker geschmeckt. Und ja, damit beende ich den Vlog für heute. Und es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Oh, I first have to put in money. Which one do I have? Oh, I have Shiggy! No, what is it called? Squirtle. Squirtle. Yay! Yeah, in German it's Shiggy. Shiggy! Shiggy!